Hallo zusammen, wir begrüßen euch zu einem weiteren Webinar von uns. Mein Name ist Gerald Beun, ich bin ein Security & Compliance Strategist bei AWS im EASAL und versuche griffig zu machen, wie unsere Kunden mit den AWS Services Security & Compliance erreichen können. Diese Sessions sind nicht nur für unsere Kunden, sondern auch geeignet, um darauf sich zu erleichtern, nachzuvollziehen, was ein Cloud-Kunde denn so tun kann. Hallo zusammen, mein Name ist Michael Wallers, ich bin Principal Solutions Architect und betreue Kunden aus der öffentlichen Hand, primär in Deutschland. Diesen Kunden helfe ich bei der Lösung ihrer Herausforderungen mit unseren mehr als 200 Services aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Dazu zählt Sicherheit, Verfügbarkeit, aber auch die Kosteneffizienz. Kommen wir direkt zum Thema, Gerald. Wir sprechen ja heute einige Kunden an, die sich an die Vorgaben des BSI halten müssen oder halten wollen. Das ist natürlich eine große Anzahl Kunden, die eine hohe Relevanz für uns hat. Ich nehme heute die Rolle des Kunden ein und du beantwortest mir die Fragen aus Amazon Web Services Perspektive. Heute geht es um das Thema C5, die ISO 27001 Zertifizierung auf Basis des IT-Grundschutzes, kurz IT-Grundschutz. Kannst du mir für den Einstieg erstmal erläutern, was diese beiden Elemente überhaupt sind, wofür braucht man die und warum sind sie gegebenenfalls relevant für einen Kunden, eine Behörde, eine Organisation in Deutschland, in Europa? Ja, sehr gerne, Michael. Den IT-Grundschutz gibt es schon viele Jahre. Ich habe ihn selbst genutzt, um eine Struktur und einen Überblick zu bekommen, wie ich die IT-Sicherheit meines IT-Verbundes prüfbar und sicher halte. Das BSI hat den zwischenzeitlich auf den internationalen IT-Sicherheitsstandard ISO 27001 integriert und eben um die BSI-Spezifika angereichert, die es eben zum IT-Grundschutz machen. Sowohl ISO 27001 als auch BSI IT-Grundschutz sind Standards zur Sicherstellung der Informationssicherheit. Der BSI-Grundschutz ist eine vom Deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, entwickelte Vorgehensweise zur Analyse sowie zur Verbesserung der Informationstechnik. Wird vom BSI-Grundschutz gesprochen, so werden zumeist die Standards Der IT-Grundschutz wird allgemein als sehr umfangreich und sehr detailliert erachtet. Im Behördenumfeld wird tatsächlich eine ISO 27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz für die IT-Systeme sowie deren Anwendung gefordert. Darf ich hier direkt einhaken? Du sprichst von IT-Systemen und auch von Anwendungen. Kann man denn tatsächlich einfach erkennen, was tatsächlich auditiert wurde? Sehr guter Punkt. Tatsächlich könnte man eine Zertifizierung nur für das Informationssicherheitsmanagement-System, das ISMS, bekommen. Oder nur den Betrieb von IT-Systemen. Da muss man, wenn man zwei Dienstleister, also vergleicht, durchaus auf den sogenannten Scope achten. Dieser beschreibt, was sich der vom BSI als qualifiziert bestätigte Auditor im Rahmen seiner Prüfung wirklich angesehen hat. Verstehe. Also die Bundesbehörden erwarten einen Nachweis gemäß IT-Grundschutz. Was ich allerdings in der Praxis gesehen habe, wenn es um Beschaffung von Cloud-Diensten geht, zum Beispiel gemäß EVB IT-Cloud, sieht man in den darauf basierenden Ausschreibungen nicht, dass der Grundschutz gefordert wird, sondern eher C5. Kannst du mir erläutern, wieso das zustande kommt? Genau. Kommen wir mal zum C5. Das ist der cloudspezifische Cloud Computing Compliance Criteria Catalog zur Prüfung der Effektivität der IT-Sicherheitsmaßnahmen, der durch den Cloud Service Provider angebotenen Cloud Services. Er wird abgekürzt mit C5. Es wird also geprüft, dass sichergestellt wird, dass die Softwareentwicklung, Provisionierung und der Betrieb den Erwartungen des BSI entspricht. Derzeit gliedert das BSI, den C5, in 17 Anforderungsbereiche, die insgesamt 114 Basisanforderungen enthalten. Zusätzlich sind zu 52 der Basisanforderungen optionale Anforderungen definiert, die ein höherwertiges Sicherheitsniveau definieren, die sogenannten zusätzlichen Anforderungen respektive Kontrollen. Klassisch beginnt das erste Audit mit dem Typ 1, wobei der, der Auditor, ein Prüfungsurteil darüber abgibt, ob die Kontrollen zum Zeitpunkt der Prüfung angemessen ausgestattet und eingerichtet sind, um die Kriterien des C5 mit hinreichender Sicherheit zu erfüllen. In dem Sinne eine Prüfung des Designs. Kunden erwarten jedoch mehr, nämlich ob denn die Maßnahmen auch effektiv implementiert wurden. Dies wird in der Typ 2 Prüfung abgeprüft. Neben der Aussage zur Angemessenheit umfasst das Prüfungsurteil eine Aussage über die Wirksamkeit der Kontrollen in einem Prüfungszeitraum. Wir bei AWS erfüllen ebenfalls die angesprochenen zusätzlichen Kontrollen an das Sicherheitsniveau und jährlich wird auch Effektivität geprüft und im Auditbericht dokumentiert. Es lohnt sich wirklich, die Prüfungshandlung und Resultate, die im C5-Bericht dokumentiert sind, zu lesen. Es ist eben ein Transparenzbericht im Gegensatz zu einem Zertifikat. Einen solchen Bericht muss man lesen und prüfen und nicht nur auf das Vorhandensein eines C5-Testates achten. Das war mir so nicht klar, dass das Testtat bedeutet, ich kann selber lesen. Und da habe ich gleich zwei Folgefragen. Bedeutet das, dass es Cloud Service Provider gibt, bei dem ich beim Lesen feststelle, dass nur das Design geprüft würde, also Typ 1, oder, wenn wir über die Effektivität sprechen, ein C5-Testat vorhanden ist, aber die Implementierung an der einen oder anderen Stelle nicht ausreichend ist? Ja, genau. Die sogenannten Abweichungen stehen transparent im Bericht, zusammen mit einer Antwort auf diese vom Prüfer festgestellte Abweichung. Womöglich sind da mitigierende Maßnahmen dokumentiert und diese kann ich als Kunde dann bewerten, ob ich diese als ausreichend erachte. Und tatsächlich auch erst beim Lesen eines C5-Testates sieht man, ob nur die einfachen Anforderungen oder auch die zusätzlichen Anforderungen abgeprüft wurden. Verstehe, Lesen hilft also auch hier. Aber warum hat denn nun das BSI überhaupt den C5 entwickelt, weitergeführt in jetzt Version 2020, wo es doch schon einen IT-Grundschutz gibt und im neuesten IT-Grundschutz ist sogar ein spezielles Cloud-Kapitel eingefügt. Warum also ein neuer, ein zusätzlicher Standard? Das macht doch den Aufwand für Anbieter komplexer und Anwender müssen sich auch bei C5 das Testat umgewöhnen, da sie selber lesen können, dürfen und müssen. Gute Frage. Das BSI hat erkannt, dass der etablierte IT-Grundschutz zwar hervorragend geeignet ist, um einen IT-Verbund mit Anwendungen, welchen auf Hardware in einem Rechenzentrum läuft, anzuwenden. Allerdings sind Cloud-Services per se keine Anwendungen oder als IT-Verbund zu verstehen. Daher ist als solches der IT-Grundschutz nicht anwendbar. Es sind Werkzeuge, die der Cloud-Kunde nutzt, um sich seine IT-Umgebung in der Cloud zu bauen. Darauf kann man dann den IT-Grundschutz wieder anwenden. Da ist dann ein prüfbarer IT-Verbund. Ein Beispiel, ein Cloud-Service wie Simple Storage kann nur in der Cloud selbst erreichbar sein oder aus dem Netzwerk des Kunden oder eben auch aus dem Internet mit oder ohne Transportverschlüsselung, mit Zugriffsberechtigungssteuerung, und womöglich auch verschlüsselt. Du siehst, der IT-Sicherheitszustand eines Cloud-Services als solches ist nicht so pauschal definierbar, denn erst wenn die darin gespeicherten oder verarbeiteten Informationen mit ihrem Schutzbedarf im Kontext der Risikoanalyse und des Geschäftsprozesses, in dem sie genutzt werden, definiert sind, dann werden berechtigt und notwendig Maßnahmen ergriffen, um die IT-Sicherheit zu erhalten. Daher hat das BSI den C5-Standard speziell für uns CSPs erarbeitet, was tatsächlich zu einer service-spezifischen Prüfung auch führt. Das von dir angesprochene Cloud-Kapitel ist für die Cloud-Kunden erarbeitet worden, denn diese müssen die sogenannten Benutzer-Kontrollen oder auch User-Entity-Controls nutzen, die unter anderem auch im C5-Bericht stehen, die der Kunde idealerweise nicht manuell, sondern automatisiert und programmatisch einrichtet. Hier schließt sich dann der Kreis, den das BSI mit C5 plus User-Entity-Controls und dem IT-Grundschutz C5 ist für den CSP und der IT-Grundschutz ist für die darauf implementierte Umgebung. Wobei, wie gesagt, das BSI eben auch für SaaS-Anbieter den C5 entwickelt hat. Wir haben da auch schon diverse Beispiele, wie das Dokument-Management-System von CenterDevice oder von Dr.Lib, wo der Patient einen Termin mit zum Beispiel einem Arzt machen kann. Beides sind AWS-Kunden und bieten ihre Lösungen aus unserer Region Frankfurt an. Verstehe. Das bedeutet aber doch auch, dass es für den Cloud-Kunden, der eine IT-Grundschutz-Zertifizierung für zum Beispiel sein Fachverfahren, sein IT-System oder den ganzen IT-Verbund anstrebt, er sich dann doch gar nicht darauf verlassen kann, dass er die Zertifizierung tatsächlich erfolgreich bestehen würde, hypothetisch gesprochen, weil der Cloud-Service-Provider, AWS, hat kein IT-Grundschutz-Zertifikat. Da fehlt doch und da mangelt es an der Durchgängigkeit, oder? Das ist doch ein Risiko für ihn, für uns als Anwender und verhindert ja sogar eventuell, dass wir überhaupt Infrastrukturdienste aus der Cloud beziehen. Wie kann man dieses Risiko beherrschbar machen? Kannst du da Zahlen, Fakten, Daten für mich, damit ich ein besseres Gefühl bekomme? Ja, also diese Sorge hören wir öfter in den Erstgesprächen. Auch und besonders von SaaS-Anbietern, die ihre Software as a Service-Lösung im Behördenumfeld anbieten und dabei zumindest derzeit auf eine IT-Grundschutz-Zertifizierung sozusagen angewiesen sind. Das wird erwartet. Es sei denn, Sie nehmen direkt den C5-Prüfungsstandard, der dann natürlich auch von der Behörde akzeptiert werden sollte, was ja EVBIT auch vorsieht. Was auch das BSI bei Rückfragen definitiv bestätigen würde, falls die Behörde der ermittelten Schutzbedarf als ausreichend effektiv im Transparenzbericht hat prüfen können. Kommen wir zu deiner Frage. Ist dies ein Risiko, dass der CSP keine IT-Grundschutz-Zertifizierung hat, wenn der Cloud-Kunde oder auch SaaS-Anbieter eine eben solche Zertifizierung anstrebt? In aller Kürze Nein. Lass es mich erläutern. Lass es mich erläutern. Diese Aussage gilt, wenn der CSP eine ISO 27001 nicht auf Basis des IT-Grundschutzes zwingend erforderlich, einfach schlicht der internationale Standard erfüllt und wenn er einen C5-Test hat, womöglich Typ 2 mit zusätzlichen Kriterien nachweisen kann. Dann kann der Kunde im Rahmen seiner Prüfungsvorbereitung die vom BSI zur Verfügung gestellten Kreuztabellen nutzen, um ein Control-Mapping durchzuführen. Dadurch wird deutlich, dass sämtliche IT-Grundschutzanforderungen an seinen IT-Verbund respektive an die darunterliegende Infrastruktur und Prozesse durch die Beistellungsleistung des CSPs mit seinen Audit-Berichten abgedeckt werden kann. Wir haben Kunden diesbezüglich auch schon beispielhaft begleitet, wo mit einem erfolgreichen IT-Grundschutz-Zertifizierung abgeschlossen wurde. Großartig! Wir wären also nicht die Ersten. Das reduziert das Risiko natürlich immens. Vielen Dank für die Information und das Gespräch, lieber Gerald. Wir freuen uns, wenn Sie sich auch für unsere anderen Videos auf unserem YouTube-Channel interessieren würden. Wir haben da Themen wie Verschlüsselung und Confidential Compute aufbereitet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.